Seit ihrer Gründung im Jahre 1990 beschreibt die CTR Fahrzeugtechnik GmbH einen innovativen Hersteller von Promotion-Fahrzeugen und mobilen Verkaufssystemen aller Art. Am heutigen Standort, in Osanmonsel im schönen Moseltal, fertigt das Unternehmen modernste Fahrzeugtechnik-Lösungen unter höchsten Qualitätsansprüchen. Eine außergewöhnlich lange hausinterne Wertschöpfungskette sowie optimal ausgebildetes Fachpersonal tragen diesen genauso bei, wie ausgeklügelte Planungs- und Konzeptionierungsmethoden. Mit mittlerweile über 25 Jahren Erfahrung verfügen wir über namhafte Abnehmer aus dem In- und Ausland und besitzen große Marktanteile mit diversen Fahrzeuglösungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein engagiertes Verkaufs- und Technikteam berät und unterstützt Sie gerne von den ersten Planungen bis hin zur Inbetriebnahme Ihres Fahrzeugs. Auch nach Abschluss der Verkaufstransaktion pflegen wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Umfangreiche Services von der Ersatzteilbeschaffung bis zu Wartungsarbeiten oder Umbauten bilden die Legitimation unserer großen Stammkundschaft. Wir hoffen und freuen uns darauf, auch Sie bald in unserem Hause begrüßen zu dürfen.